Hallo, mein Name ist Dennis und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr fragt euch sicherlich, was sollt ihr hier überhaupt? Doch bevor ihr wegschaltet, lasst mich euch kurz vorstellen. Ich bin schon seit über drei Jahren auf YouTube unterwegs und oh ja, in der Zeit ist ziemlich viel passiert. Ich habe angefangen Minecraft zu spielen, was ich bis heute immer noch sehr gerne tue. Ich habe bei Projekten mitgemacht und viele neue Leute kennengelernt. Erst dieses Jahr vor kurzem bin ich mit dem Longboard über 150 Kilometer nach Berlin gefahren, was an sich eine ziemlich krasse Erfahrung war. Ich habe angefangen andere Spiele und Formate für mich zu entdecken und ich lerne immer noch Neues dazu und es macht mir immer noch Spaß neue Dinge für mich zu entdecken. Was ihr auf meinem Kanal erwarten könnt? Ganz einfach. Jeder der Spaß am Spielen hat und Abwechslung braucht, ist hier genau richtig. Kurz gesagt erwarten euch hier Zusammenschnitte von verschiedensten Spielen und Webseiten. Außerdem erscheinen regelmäßig Vlogs und Top 10 bzw. Ranking Videos. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, würde mich es natürlich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Das war's für mich, haut da rein und vielleicht sogar bis bald.